Dienstbeginn bei Günther Schweiger am Blue Danube Airport in Linz. Er greift zur Waffe und schießt Platzpatronen in die Luft. Wir schießen die ganz normal in die Luft, wie Silvester. Da macht er einen Duscher und hoffen natürlich mit dem Effekt, dass wir die Vögel-Schwärme aus dem Flug auf dem Genende vertreiben können. Die Gefahr weiß man ja vom Atzenrüber von New York, wo Vogelschwärme ins Triebwerk gekommen sind und das Triebwerk sich nicht mehr starten hat lassen, ausgefallen sind durch die Masse der Vögel, die reingekommen sind und natürlich dann so ein Flame-Out passiert, wo sämtliche Triebwerke ausfallen und der Flieger dann noch mehr Segelflieger ist. Günther Schweiger ist Betriebsleiter am Linzer Flughafen. Der Mann, der für den reibungslosen Ablauf verantwortlich ist. Dass er mit dem Auto auf die Piste fährt und Vögel vertreibt, gehört genauso zu seinem Aufgabengebiet wie der ständige Kontakt zum Kontrollturm. Die Telefonnummer, die wir haben, ist eigentlich am Flughafen die Kummer-Nummer. Die kennt ja jeder, weil wenn irgendwelche Probleme auftreten, dann ist eben diese Nummer die erste, die angerufen wird. Im Ernstfall wird er vom Betriebsleiter zum Einsatzleiter. Der Einsatzbereich ist behördlich vordefiniert, ungefähr Abgrenzung, Offering bis Traunerkreuzung. In diesem Bereich, Hörsching-Kaserne, ist der Einsatzleiter verantwortlich für den Such- und Rettungsdienst am Boden. Das heißt, wenn in diesem Fall ein Luftfahrzeug eine Außenlandung machen würde, sind wir verpflichtet hinzufahren und diesen Notfall abzuarbeiten. Ohne ihn funktioniert gar nichts. Denn wenn kein diensthabender Betriebsleiter am Flughafen ist, dürfen auch keine Flieger landen und starten. Der Flughafen müsste zusperren. Das ist rechtlich so vorgeschrieben. Darum ist es wichtig, dass wir zwei Wecker haben. Wenn wir davor verschlafen, ist das ein Problem. Ihre Dienstzeiten beginnen schon um 5 Uhr früh. Bald den Wecker stellen heißt es auch wieder für viele Fluggäste, die ihre Reisen antreten. Denn tagtäglich gehen die Flieger von Linz ins Ausland. 200 Destinationen weltweit sind von hier aus erreichbar. Gerade hier in Linz haben wir die angenehme Situation, dass wir über drei Verkehrsknoten Frankfurt, Wien und Düsseldorf mit eingebunden sind. Bei Umsteigeverbindungen benötigt man natürlich zwei Flüge. Das ist klar. Aber auf der anderen Seite, bevor man eine sehr lange Anreise, zum Beispiel von hier nach München, in Kauf nimmt oder mit dem Auto nach Wien fährt, ist es doch wesentlich angenehmer, eine Umsteigeverbindung über unsere Verknärsknoten zu wählen. Zurück zu Günter Schweiger. Der Mann für alle Fälle. Hausmeistertätigkeiten, technische Störungen beheben, Dienstplaneinteilungen oder Kontrolle der Pisten. Zu seinem Aufgabengebiet gehört auch die VIP-Abfertigung. Stars wie Elton John, Madonna oder Caroline von Monaco bescherte er ein ungestörtes Reisen. Vom Linzer Flughafen in die weite Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017